Endlich ist es wieder soweit. Wir haben 2012 und ich fahre gleich los nach Sierhagen, Ostholstein, Städtkopf 2012. Wird hoffentlich mal wieder ein lustiger Kurzfilm. Wir haben wettertechnisch so ein bisschen graupellig, aber es soll über Nacht eigentlich trocken bleiben. Und was da so abgehen wird, werdet ihr in den nächsten Minuten sehen. Ich wünsche euch viel Spaß und ich werde auch ganzartig sein und keine kleinen Anspielungen machen. Ne, jetzt so ein bisschen Anspielungen. Also ist alles witzig, alles gut. Also ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin schon ganz aufgeregt. So, nun bin ich unterwegs und ich bin ein bisschen eher losgefahren, dass wir das Notebook auch aufbauen können, damit dann dementsprechend auch das Spiel Deutschland-Portugal, damit wir da ein bisschen gucken können. Mittlerweile bin ich ja extrem fußballverrückt geworden. Wenn mein Kopf ein bisschen verschwindet, nicht böse sein, weil beim Autofahren filmen ist ja eigentlich verboten. Aber ich habe ja die Straße voll im Dick. Ich sage mal so 20 Minuten mit dem Auto und dann bin ich da. So, wie immer einmal der Blick über den Platz war ja Siehagen Osnabschirchenkopf auch Open-Air stattfindet. Nur zur Info, falls man das noch fünf Jahre noch nicht gemerkt haben sollte, ich schaue mal. Tag! Ich gebe dir mal die linke. Ja, dieses Jahr ist hier dann kurzfremd fällig. Da ist der Organisator, er ist schon wieder am Fremdknutschen hier, das ist ja unglaublich. Komm mal mit Zucker jetzt her. Okay, da hinten steht übrigens ihr Mann, aber der ist ganz entspannt. Nein, das wird geschnitten. Nein, das wird nicht geschnitten. Komm, da, dafür knutschen ich den. Das ist übrigens der Cristiano Ronaldo der DJs. Er lässt sich übrigens, der sagt schon ganz selbstbewusst, ich werde DJ des Jahres. Welt-DJ. Ich war DJ des Jahres, 1977. Okay. Aus Freutstein steht Korpus in Samstagabend, wir schreiben den 9. Juni, endlich ist das blöde Fußballspiel zu Ende. Einige Party! Let's start in Polygamy und aus Freutstein steht Korpus, Berlin dieses Jahr präsentiert von Autohagen ist eine Neustadt und Famila, bitte, alles gut. Der Mann sind heute alle aus Freutstein steht Korpus, heute mit fünf DJs bereit. Die ganze Gesuche trafst du hier oben, TV-Film-Teute, Börsen, sind Polygamy, sie sitzt im Schock. Und Sven Warten, die beiden Korpel und Ferrier für euch, ein Hammerabend heute und ich glaube, wir sind los. Na ja. Genau. Und ich soll noch sagen, ich mein Mann, mein Mann, da wirst du die rufen, gut ja. Tschüss, Herr Warten! Danke! Und ich soll bei der Ja, liebe Partygemeinde, wir haben noch einen Trauerfall heute. Steffi, das ist sie mir. Steffi, Steffi. Steffi will heiraten und feiert heute Abend ihren Junggesellinnen-Abschied. Und das ist Glück. Und das ist was? Das ist Glück. Und das ist Glück. Okay, okay. Und ich habe leider kein Geld, um hier jetzt eine Rose abzukommen, aber sie kriegt alles. Ich bin verheiratet. Entschuldigung, Schatzi. Draußen natürlich, ja. Auf meiner rechten Seite 20 bei Martin und hier ist Burn in den See. Denn hier ist der Nieser Party Tower. Ladies and Gentlemen, hier ist dir Hagen. Hier steht Ostholstein-Kopf und hier ist eure Party am Samstagabend. Und eins ist klar, ihr dürft jetzt ausflippen. Drei! Das ist das, was ihr da? Das ist das, was ihr da? Drei! 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 Tschüss. Die nächste Entscheidung ist so ganz laut Witze. Jetzt will ich euch anheben! Tausendmal gewürtet! Tausendmal ist nichts passiert. Tausend ohne eine Not. Und es hat viel gemeint. Der will sich nicht ausziehen! Absolutes Hammerwoche, eine Hammerparty. Wir haben es morgens um Viertel nach vier. Und es ist doch richtig Supervoll hier! Auszubaut tiefen Das Fremphant Abel Auld Emblass Abel Abel Um wahr And now I will call and let her entertain me. I'm not a flower, that will break me when it comes to a song. She wants to save me. I'm loving angels instead. I'm loving angels instead. Das war eine geile Party noch. Das war eine geile Party.